Hille wusste, dass sie sich als Täuferin auf eine gefährliche Reise machte. Sie kannte die Konsequenzen. Wer die Wiedertaufe vollzog oder sich ihr unterzogen hatte, war bei fehlbarem Verhalten mit dem Tode zu bestrafen, ohne dass vorher noch ein geistliches Inquisitionsgericht tätig werden musste. All das hielt Hille nicht davon ab, nach Münster zu reisen. Nein, keine weltliche Macht kann über meinen Glauben gebieten, war Hille überzeugt und trug stolz das Amulett, das sie in Münster, der Täuferstadt der ersten Stunde, als Erkennungszeichen erhalten hatte. Auf ihm stand, das Wort ward Fleisch. Hille fühlte sich am Ziel ihrer Hoffnungen. Münster war der Ort, an dem der Traum von materieller Gleichheit unter den Menschen Gestalt angenommen zu haben schien. Ihr sollt an keinem Ding Mangel haben, sei es Kost, Kleider, Haus oder Hof, wessen ihr bedürft, das sollt ihr kriegen. Doch Hille musste schnell erkennen, dass ihr neues Jerusalem bedroht war.